Moin, meine Rassist-Sisters, mein Name ist SnileySnice und heute zocken wir Sheikha-Klai! Und wir haben leicht umgeskillt, aber wir spielen diesmal nur mit 100 Leben, aber jeder hat volle Rüstung. Also, ich geb die Schuld jetzt immer mal Sniley. Wieso gibst du mir die Schuld? Nur weil ich schwarz bin? Ja, nur weil du schwarz bist. Das darfst du nicht sagen, yo! Doch, nur weil du schwarz bist. Sowas darfst du nicht sagen, wir sind im Internet. Du hast recht, das war nur ein Scherz, okay. Leute, es ist nur ein Scherz, wir sind beste Freunde, stimmt's? Ja, das war nur ein Scherz, ganz bestimmt. Ich glaub, Danny ist ein kleiner Rassist. Oh mein Gott, nein, nicht die Smart-Sniper in der ersten Runde. Oh mein Gott, sie hat verfehlt. Oh mein Gott, wie nice ist das denn? Irgendwie muss ich sagen, bin ich grad sehr, sehr zaurig. Soll ich mal ehrlich sein? Ich bin grad sowas von happy. Vor allen Dingen, weil ich dich jetzt zu 100% treffen werde. Oh mein Gott, das wird Damage machen. Vielleicht sollten wir das immer so machen. Oh mein Gott, kritze, kritze. 96 Schaden. Okay, das Ding ist, ne? Ja? Jetzt, wo, so spielen, haben wir gar nicht mit 200 Leben, sondern wir haben weniger Leben, ne? Ich weiß, wir haben nur 140 Schaden und deswegen sind 96 Schaden wirklich extrem viel. Ja, ja. Oh mein Gott, nein, nein, bitte nicht. Es wäre schon gut, wenn das treffen würde, theoretisch. Es trifft nicht, es trifft. Okay, ich bin fast tot mit einem 1. Oh mein Gott, wow. Du musst jetzt 44 Schaden machen, ja, du musst es jetzt beenden. Du willst mir nicht sagen, die Kacke hat grad wirklich 135 Schaden gemacht. Aber es hat nicht gereicht, leider, weil ja, hat sie... Okay, eventuell werde ich die Runde jetzt beenden. Ich bin mir aber grad nicht sicher. Komm, bitte beende die Runde. Alter, es kann nicht sein, Alter. Es kann einfach nicht sein, wirklich nicht. Es tut mir leid, aber mit 100 Leben ist es halt viel riskanter. Hier geht es wirklich darum, dass wirklich jeder Schuss trifft. Ja, genau, darum geht es ja auch. Ist ja wirklich so. Oh mein Gott, ich darf anfangen, das ist geil. Oh, ich habe fiese Waffen. Ich habe ehrlich gesagt auch... Oh mein Gott, meine Waffen sind gar nicht so gut. Meine Waffen gehen so. Ja, doch, meine Waffen sind sich nicht... Bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott, trifft die? Ja, sie trifft. Nice, 40 Damage direkt in der ersten Runde. Ist extrem gut. Ehrlich gesagt, Respekt an dich, wirklich. Danke für den Respekt, mein Freund. Habe ich mir auch verdient. Hast du dir wirklich verdient? Oh, ich danke... Oh mein Gott, was machst du gerade? Hä, wieso hat es mich getroffen? Ja, weil die beim Explodieren trotzdem auch Schaden auf dich machen, weißt du? Weißt du, diese Momente, wenn du solche Sachen machst, ne? Oh mein Gott, habe ich gerade wirklich verfehlt? Diese Momente, wenn sowas passiert, ne? Oh nein. Das ist halt irgendwie schon so richtig krass bitter. Ja, das ist wirklich extrem bitter. Ich hätte mich an deiner Stelle auch wirklich extrem geschämt dafür. Ja, tue ich auch, um ehrlich zu sein. Wie zur Hölle konntest du auch so verfehlen? Ich weiß es nicht. Ich hätte früher wirklich viel mehr erwartet von dir. Oh mein Gott, was ist das? Spice. Die Spy... Oh, die hat zweimal getroffen. Aber das war es auch. Oh mein Gott, sie trifft dich selber. Oh mein Gott, ich triffe mich die erst selber. Wieso? Wieso trifft dich wirklich jede einzelne Waffe selber? Das ist doch extrem blöd. Okay, du bist tot. Oder? Wow. Du hast überlebt? Ich habe überlebt, ja. Mit nur zwei scheiß Leben. Wie leben hast du? Ich habe noch 100 Leben und du hast zwei Leben. Ja, okay. Denkst du, ich kann mich töten? Ich habe Shadow. Soll ich ehrlich sein? Ich glaube nicht, dass du mich töten kannst. Ich habe 100 Leben. Also du bräuchstest halt wirklich extrem viel Lack, um mit einer Waffe 100 Schaden zu kritten oder wirklich 100 Schaden zu machen. Also denke ich mal ehrlich gesagt, ich habe die Runde gewonnen. Ich setze mal, ne, Lightning töte dich hundertprozentig nicht. Rampage. Rampage. Das ist meine einzige Chance. Okay. Ja, ich... Okay, nein. War das wirklich deine einzige Chance? Ja, war wirklich meine einzige Chance. Ich will jetzt nicht böse sein, aber deine einzige Chance war ziemlich erbärmlich. Wirklich extrem erbärmlich, mein Freund. Aber eigentlich war das voll peinlich, weil du mich so getötet hast, ne? Ja, ich weiß, mit dem Erdbeben, wie man zu töten, ist erbärmlich und peinlich. Ja, ja, ja. Die Runde habe ich gewonnen, weil das so erbärmlich war, dass du dich dafür schämst und mir einfach den Sieg überlässt. Ach so, deswegen hast du die Runde gewonnen. Ja, genau deswegen. Weißt du was, ich habe so wenig Respekt vor dir, das glaubst du gar nicht. Mach nicht die Kamera groß, okay? Nein, werde ich auch hundertprozentig nicht machen, keine Sorge, mein Freund. Ich bin nicht laulich, jetzt mach ready. Und ich mache meine Kamera auch nicht groß. Willst du an meinen Nippeln reiben? Ja, schon. Oh mein Gott, du bist genau wie deine Mutter. Hast du gute Waffen? Weil meine Waffen sehen gar nicht so gut aus. Ähm, ob ich gute Waffen habe, fragst du? Ja, ich frage, ob du gute Waffen hast. Naja, antworte dir die Frage selbst. Oh nein, bitte treff nicht. Bitte treff nicht, ich habe nicht so viel. Lol. Oh mein Gott, okay, es trifft. Wie zur Hölle? Oh mein Gott. Aber es hat nur 20 Schaden bisher gemacht. 30, 40. 40 Schaden sind wirklich, um ehrlich zu sein, okay. Es ist aber okay, tatsächlich, da hast du recht. Ja, 40 Schaden ist jetzt auch nicht wenig, aber es hätte halt mehr sein können, weißt du? Das stimmt, das stimmt. Oh, das war sogar ein relativ... Oh nein, bitte nicht. Oh mein Gott, das war knapp. Alter, ey, das ist so lächerlich. Es hat einfach 70 Schaden gekritzelt. Das könnte treffen, muss aber nicht. Habe ich noch eine beste Waffe? Du wirst so verlieren, du wirst diese Runde wirklich so mies verlieren, mein Freund. Ich werde dir den Finger so in den Po stecken. Versprochen. Ich verspreche es dir. Uh, was ist das? Ist das der Volcano? Volcano, ja. Das ist der Volcano. Oh mein Gott, okay, aber er macht gar nicht so viel Schaden. Aber wieso macht er so... Hä, what the freak? Ja, ich finde ehrlich gesagt, der Volcano ist jetzt nicht gerade die beste Waffe. Doch, finde ich schon. Was? Ey, du musst mich jetzt töten, sonst hast du ein Problem, sonst hast du verloren. Wieso muss ich dich jetzt töten? Ich kann dich definitiv nicht töten, aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich verloren habe. Uh, die Minions haben... Oh mein Gott, wow, die haben voll gut getroffen. Du hast noch 10 Leben, das bedeutet, du musst mich jetzt töten. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Und du hast sogar Double Damage, wie ätzend ist das denn? Welche Waffe trifft dich zu 100%? Keine Waffe trifft mich zu 100%. Oh, du hast verloren. Nein, bist du dir ganz sicher? Oh mein Gott, nein, die Shameshaw. Okay, ich habe verloren. Wow, ich habe verloren. Du hast verloren. Oh, warte mal, du hast nicht verloren. Doch, ich habe so mies verloren. Alter, aber ich hatte gedacht, sie fliegt weiter. Lol. Ja, hätte ich gedacht. Okay, aber weißt du was, das ist kein Problem, das ist dein erster Sieg erst. Oh mein Gott, ich darf anfangen. Oh, scheiße, okay. Danny, bleib doch hier. Nein. Wieso willst du nicht hierbleiben? Komm her, kuschel mit mir. Ich will nie. Wieso willst du nicht, ha? Nein, 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 nein. Komm schon, Baby, komm, komm. Oh mein Gott, wie konnte ich die Kacke verfehlen? Oh nein, ich habe verfehlt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das bitter. Oh mein Gott. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe die Runde jetzt verloren. Wie konnte ich gerade so dämlich sein? War das bitter, bitte, Alter. Oh, bitte Kritte nicht. Oh mein Gott, natürlich Kritte, das macht 72 Schaden. Oh mein Gott. Kann ich dich eventuell in einer einzigen Runde besiegen? Könntest du theoretisch ja. Nein, kann ich aber leider nicht. Obwohl, 70 Schaden, wow, nice. Das wird richtig wehtun. Oh Gott, aber dir ist, ah, dir ist klar, man haut schwarz nicht mehr in die Fresse. Sowas geht nicht mehr. Oh doch, das geht sehr wohl. Gib doch einfach zu, dass du ein Rassist bist. Nein, bin ich nicht. 2-2. Okay. Du darfst anfangen, nächste Runde. Oh mein Gott, du hast verloren. Du hast verloren. Ähm, wirklich? Ich sehe in der Runde wirklich keine Hoffnung für dich. Du denkst, meine Waffen sind schlimm, aber keine Sorge, sie sind noch viel schlimmer. Oh mein Gott. Ey, es tut mir leid, du hast die Runde wirklich verloren. Wieso? Ich beweise es dir jetzt einfach. Komm her, Baby. Let's go. Boom, Fighterjet. Oh. Oh, das war voll kacke. Das war ja richtig kacke und du hast jetzt ein Double Damage. Nein. Oh mein Gott, aber ich glaube trotzdem noch, dass du die Runde verlieren wirst und ich gewinnen werde. Das tut mir leid, yo. Wieso denkst du das? Weil ich besser bin als du, Bitch. Oh, das hat er nicht gesagt, oder? Oh doch, das habe ich gesagt, mein Freund. Und das habe ich auch so gemeint, um ehrlich zu sein. Warte mal kurz, das kann theoretisch 160 kritten, oder? Oh, cool. Aber zum Glück waren es nur 80 Schaden und ich kriege... Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, das ist so ein Glück, ne? Um ehrlich zu sein, das ist gerade lächerlich, weil du kannst jetzt definitiv verlieren. Okay, ja, kann ich auch, natürlich. Ich glaube, ich probiere es mit der Waffe. Die ist nämlich eine 100% Waffe. Komm her, Baby. Wir sind tot. Nice. Musst du critten. Es critet aber auch 100%. Wenn es critet, hast du verloren. Nein. Oh mein Gott, du hast noch 10 Leben. Ich habe keinen Bock, jetzt die Runde zu verlieren. Oh, bitte nicht verlieren. Ich habe zu 100% eine Route. Ich glaube, du hast verloren, ehrlich gesagt. Aber ich habe noch 60 Leben. Eventuell tötest du mich jetzt nicht. Oh nein, ich habe verloren. Ja, ich habe verloren. Oh Gott. Ja. Ich hätte wirklich als allerletztes eine andere Waffe einsetzen sollen. Das war richtig blöd von mir. Ich kann nicht glauben, dass ich noch gewonnen habe, um ehrlich zu sein. Ja, du hast nur gewonnen, weil ich eben gerade so blöd war und einfach diese verkackte Waffe eingesetzt hätte. Aber ich muss sagen, ich bin sehr glücklich über den Sieg. Ah, du hättest so verloren, das weiß ich. Ich habe direkt vor mir einen Teleporter und den werde ich zu 100% nehmen, mein Freund. Spannend irgendwie, ne? Aber ich habe ehrlich gesagt Angst. Wieso, Schneidi? Kennst du das, wenn du den Teleporter nimmst, dann landest du immer genau dahin, wo du gerade schießt? Ja, kenne ich. Und genau das ist meine Angst. Oh, okay, nice. Und Ghostbomb. 30 Schaden in dein Maul. Habe ich übrigens auch freigeschaltet, wollte ich dir nur sagen, ne? Die Ghostbomb ist voll nice, meiner Meinung nach. Habe ich jetzt auch übrigens, ne? Kannst du mir gerade gut in die Fresse schießen? Ja. Naja, nicht unbedingt, aber... Vor der Waffe habe ich ehrlich gesagt keinen Respekt, nein. Nein, ich weiß. Die Waffe ist ja auch nicht so gut eigentlich. Die Waffe ist eigentlich voll scheiße, sind wir ehrlich. Ja, die Waffe ist ja so scheiße. Komm, Baby, komm. Komm, komm. Oh, oh my... Oh, 80 Damage. Wow. Ei, 90 Damage. Ich muss es riskieren. Wenn du mich jetzt nicht tötest, hast du verloren. Ich weiß. Definitiv, zu 100%. Es tut mir leid. Yo, ich kann auch nichts dafür. Ich muss es riskieren. Moin mal. Hast du einen Sniper oder einen Arrow? Ich stand da oben. Ja, habe ich Arrow. Bist du bereit? Ja, und mein Mikrofon riecht voll gut. Okay, ja, ich will auch... Oh nein. Oh. Okay, du hast definitiv verloren. Es tut mir leid. Oh. Äh, äh, der Bumper wird dir nicht helfen. Es tut mir leid. Ah, ich habe gewonnen. Was redest du? Ja, ich habe gewonnen. Okay, du hast gewonnen. Du hast definitiv gewonnen. Respekt an deinen Sieg, mein Freund. Respekt. Ey, die Waffe ist voll geil für dich. Der Fighterjet ist richtig geil. Trifft immer zu 100% und hat er irgendwelche Nachteile? Nein. Okay, letzte Runde entscheidet. Letzte Runde entscheidet alles. Bist du bereit, mein Freund? Ich bin so bereit. Das glaubst du gar nicht, mein Freund. Das glaubst du gar nicht. Eigentlich glaube ich das schon. Nein. Du siehst für mich sehr bereit. Oh mein Gott, wow. Und ich stelle mich mal genau hier hin. Okay, sehr gute Entscheidung, mein Freund. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, hier kannst du mich kaum treffen, oder? Äh, nee, denke ich auch nicht. Ich denke, ich habe dich auch nicht mal an der Hand getroffen. Oh, du setzt den Volcano ein. Okay, das war richtig schlecht. Okay, sehr gut zu wissen. Das war wirklich richtig, richtig schlecht. Nein. Hör auf, das zu sagen. Okay, hör auf damit. Was soll ich denn sagen? Respekt für diesen schlechten Schuss? Ja. Okay, ich zeige, dass ich treffen kann. Ja. Oh mein Gott, der verfehlt, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Obwohl? Nein. Oh shit. Okay, das war doof. Jetzt bin ich da. Pass auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Und die Snake. Okay. Wow, Respekt für diesen Treffer, mein Freund. Respekt. Ich treffe nie, leider. Es tut mir leid, aber ich glaube, es wird Zeit, dich zu töten. Willst du den Double Damage nicht nehmen, Digga? Oh, da unten ist Double Damage. Aber glaub mir, den brauche ich gar nicht. Den brauche ich gar nicht. Ich habe den Shadow. Bitte Kritte. Bitte mal. Was? Wie zur Hölle? Du, das würdest du zu 100% treffen, du Lappen, Alter. Ey, ich dachte auch wirklich zu 100%, der trifft, aber anscheinend nein. Ich mache nur sechs. Was? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte wirklich. Bitte. Oh mein Gott, ich habe Glück. Ich habe wirklich Glück. Ich glaube ehrlich gesagt, jetzt hast du verkackt. Habe ich wirklich? Ich bin mir nicht sicher, aber jetzt solltest du normalerweise extrem viel Schaden bekommen. Weil ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich deine Route habe. Oh. Obwohl. Okay, 50, 60? 70 Schaden in einer einzigen Runde ist extrem nice. Tut mir leid. Das ist sehr nice, tatsächlich. Danke, Schneili. Cats. Oh, die Cat. Die ist gut, finde ich. Ja, die kann wirklich 80 kritten. Aber sie hat nur 40 Schaden gemacht. Okay, ich riskiere was. Bitte lass die Scheiße treffen. Ich bin mir nicht sicher. Komm her. Oh mein Gott. Die war zu weit. Oder? Ei. Oh mein Gott. Wow. Okay. Kriege ich dafür Respekt für diesen Schuss, weil der Schuss war verdammt geil. Ja, war gut. War gut. Willst du noch am Satz sehen? Ich habe drei. Drei. Ich hätte fast 100 wieder. Hättest du 100 wieder bekommen, dann würde ich dich fragen, was mit dir schief ist. Drei miteinander wäre Hammer. Na gut, willst du noch was zum Abschluss sagen? Ja, danke, dass ich in meinem Video sein darf. Okay, Leute. Damit beenden wir hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen. Bis morgen.